Die Karakum ist eine Wüste in Zentralasien. Zusammen mit der benachbarten Wüsten Kysikum und Arakum nimmt sie den größten Teil des inneren Tieflands von Turan ein. Die Karakum liegt westlich des Flusses Amudaya und gehört fast vollständig zum Staatsgebiet von Turkmenistan. Lediglich an den nördlichen Randgebieten hat auch Usbekistan einen Anteil. Die Karakum nimmt etwa 90% der Fläche Turkmenistans ein und hat eine Größe von über 400.000 Quadratkilometer. Die extrem wasserarme Region wird im Süden vom etwa 1.445 Kilometer lang Karakumkanal durchquert. Dem vielleicht aufwendigsten Bewässerungsprojekt bis heute mit dem Bau des Kanals wurde 1950 begonnen. Geschichte Die Karakum war einst Heimat einer frühzeitlichen Hochkultur, die bislang als Oxuskultur oder Oxuszivilisation, zuweilen auch nur als Oasenkultur, bekannt ist. Diese eigenständige Kultur entstand zeitgleich mit den bekannten Hochkulturen am Nil, in Mesopotamien und im Industrial. Im 4. Jahrtausend vor Christus, um 1700 vor Christus, verschwand die Kultur auf bislang ungeklärte Weise. Nachdem vermutlich eine Landflucht in Richtung Zwei-Strom-Land einsetzte. Lange nachdem die Oasenkultur verschwunden war, verlief die Seidenstraße durch die Karakum. Die Oasenstadtmeer war wichtige Zwischenstation dieser Handelsroute des Altertums und Mittelalters. Im Jahr 2000 begann die turkmenische Regierung im Tal Karaschorn nahe der Stadt Jaila mit der Anlage eines Sees in der Wüste. Das erste Wasser floss nach der Vollendung des ersten Bauabschnitts am 15. Juli 2009 in die Anlage, die in Gegenwart von Regierungschef Gorbang Goliberdi Mohamedau in Betrieb genommen wurde. Die Zuflusskanäle sollen eine Länge von über 2.500 Kilometern erreichen. Der See soll 100 Kilometer lang und 19 Kilometer breit werden. Die Fläche von 1900 Quadratkilometern entspricht fast drei Vierteln des Saarlands. Pro Jahr sollen 10 Milliarden Kubikmeter mineralisiertes Säckerwasser in das Reservoir fließen. Das eine Gesamtkapazität von 132 Milliarden Kubikmeter besitzen wird. Das Projekt soll im Jahr 2020 Vorlage Zukunft in vier Jahren vollendet sein. Physische Geografie Das Tiefland von Turan erstreckt sich zwischen dem flachen Landrücken der kasachischen Schwelle mit dem Aral-See im Norden, dem stark aufgegliederten Hochgebirge von Pamir und Hindukusch im Osten, dem mäßig hohen seismisch aktiven Faltengebirgsstrang des Gopet-Dak im Süden und dem Kaspischen Meer im Westen. Aufgrund der kontinentalen Lage ist die Karakum extrem trocken. Daher finden sich hier je nach Gestaltung des Untergrunds harte Lehmwüste, trockene Kalbtafeln oder von groben Gesteinsschuttmänteln umgebene vereinzelte Restberge. Den größten Teil des Gebiets nimmt jedoch Sandwüste ein, der jedoch nicht schwarz ist, auch wenn der Name schwarzer Sand dieses andeutet. Sie besteht aus dem Material, das dem Flusssteil des Amodaya und zerfallendem Sandstein entstammt. Es sind dabei geweihte Sanddecken anstatt hoher Dünen zu finden. Hier herrscht in der Regel Winderosion vor. Klima Diese Region ist vom Kontinentalklima geprägt. Im Sommer bewegen sich die Temperaturen im Mittel zwischen 27 Grad Celsius und 32 Grad Celsius. Bei hohen Mittagstemperaturen und wolkenlosem Himmel wird der Sand bis auf 70 Grad Celsius erhitzt. Nachmittags treten infolge der Hitze sehr häufig Stürme auf. Die Winter sind meist kalt und werden durch die Dauer der Fröste und die geringe Schneedecke bestimmt, die meist nur wenige Wochen liegen bleibt. Der Großteil der Niederschläge fällt im Frühjahr und Frühsommer, wobei der durchschnittliche Jahresniederschlag zwischen 100 mm und 150 mm beträgt. Fauna und Flora Aus klimatischen Gründen findet sich in der Karakum allenfalls Steppenvegetation mit verschiedenen Grasarten. Aber auch der Sachsaul ist hier beheimatet. Hier sind Karakall, Sandkatze, Brillenschlange, Gecko und der bis zu 1,5 Meter lange Wüstenwaran heimisch. Bodenschätze In der Karakum befinden sich bedeutende Erdöl- und Erdgasvorkommen.